hallo und herzlich willkommen zurück so wie immer halt eben zu contract wars ja in der vorrunde waren wir auch schon relativ gut mit 3,5 wkd dieses mal starten wir wieder auf der gleiche match wie letztes mal nur mit einer anderen waffe und zweiter p90 der start sieht allerdings komplett anders aus also von dem kill verhalten her eigentlich passiert oder kommt gleich jetzt auch schon unser erster kill denn da steht er so toll rum wir müssen weg machen das gameplay war allgemein wieder relativ gut die pfd war 1,4 oder so was ähnliches und naja war halt eben was neues mit dieser waffe die ich mich auch wieder gewonnen habe bei diesem roulette teil das ich hier schon im allerersten video vorgestellt habe im tutorial video wenn ich es selber mal und ja deswegen könnt ihr euch das hier einfach selbst angucken und deswegen noch viel spaß mit dem video und UNTERTITELUNG 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 Musik 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 UNTERTITELUNG 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018